Die Sonne geht über Nepal auf. Es ist kurz nach 6 Uhr. Und wie jeden Morgen umrunden bereits viele Gläubige die Stupa in Kathmandu. Denn alles dreht sich hier um ein gutes Karma. Nepal ist ein buntes, faszinierendes Land. Die Menschen hier sind offenherzig und freundlich. Obwohl viele von ihnen von großer Armut betroffen sind. Vor 25 Jahren begann hier die Geschichte des Freundeskreises Nepal-Hilfe. Am 2. Januar 1994 bin ich das erste Mal nach Nepal gereist. Und habe dann ein Land kennengelernt, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. 1994 habe ich Alexander Schmidt getroffen. Und wir hatten ähnliche Ideen, um Nepal zu helfen. Und es war für mich so ein ganz neues Erleben, plötzlich Kinder in Not kennenzulernen. In Deutschland kennen wir das gar nicht. Und hier war das so, mit wenig Geld, damals vielleicht mit 10 Mark, war es durchaus möglich, ein Kind einen Monat lang zu versorgen. Also warum nicht helfen? Für mich war das plötzlich so präsent. Und angefangen hat es dann zurück nach Deutschland, dass ich in meinem persönlichen Freundeskreis gefragt habe, ob man mir Spenden gibt für die Kinder hier in Nepal. Das haben die Leute auch getan. Und langsam kam so die Frage auf, können wir nicht eine Spendenquittung bekommen? Und dann kam die Idee auf, warum nicht einen Verein gründen? Und da ich in meinem Freundeskreis hier nach Spenden gefragt habe, habe ich gedacht, Freundeskreis Nepal Hilfe ist der Name, den wir brauchen. Und der existiert bis heute. Der Tag im Kinderdorf in Pokhara beginnt gegen 7 Uhr. Das Dorf mit seinen knapp 80 Kindern erwacht langsam zum Leben. Es gibt viel zu tun und jeder hilft mit. Hier wird auch das Dorf eigene Gemüse angebaut. Diese Oase ist zu einem besonderen Ort geworden. Und das, obwohl die Anfänge schwer waren. Begonnen hat alles in der Innenstadt von Pokhara. Die frisch gegründeten Partnerorganisationen FNH und FWHC starteten damals mit sieben Kindern. Nur durch einen besonderen Zufall ist aus dem damals kleinen Projekt das geworden, was es heute ist. 1998 oder 1999 hatten wir eine Chance. Ein kleines Grundstück in Bagunde, wo unser Kinderdorf jetzt liegt. Da hatten wir diese Chance, Grundstück zu kaufen. Und einen Tag später stehe ich gerade mal nur am Flughafen, berichte von dem Grundstück, was ich entdeckt habe, was wir kaufen könnten. Und habe dann tatsächlich am Flughafen zwei Spender getroffen, die gesagt haben, wir kaufen das Land. Also das war schon fast ein kleines Wunder. Viele Kinder leben hier und jedes hat seine eigene Geschichte. In Nepal ist es nicht selbstverständlich, so behutsam aufzuwachsen. Viele Kinder haben in ihrem jungen Leben zum Teil schon viel durchmachen müssen. Asim erzählt uns seine Geschichte. Er wurde von seiner Großmutter verstoßen, die nicht mehr für ihn sorgen wollte. Asim hat über seine Vergangenheit ein Lied geschrieben. Es hat ihm geholfen, das Erlebte zu verarbeiten. Wenn er sein Lied singt, kann man nur erahnen, wie es ihm damit ging und was er durchlebt haben muss. Er wurde von der Vergangenheit ein Lied. Heute geht es ihm gut. Auf die Frage, wie es ihm im Kinderdorf gefällt, überrascht er mit einer Antwort, die für ein Kind eigentlich selbstverständlich sein sollte. Wir spielen und lesen und essen so viele. In der Klasse 8-Klasse in Bokhra-Chillens-Hom, wenn sie Klasse 8 passen, kommen sie zum Hostel und gehen bis Klasse 10. Im 200 Kilometer entfernten Kathmandu erwacht auch das Jugendhostel zum Leben. Hier wohnen die Kinder aus dem Kinderdorf während ihrer letzten beiden Schuljahre. Der Tag beginnt mit einer typisch nepalesischen Tradition, einem leckeren Tee. Dazu gibt es Kekse. Die Jugendlichen machen sich für die Schule fertig, während Didi Ganesh das Essen zubereitet. Sie ist die jahrelange Hausmutter, die sich um die 10 bis 20 Kinder im Hostel kümmert. Im Vergleich zum Kinderdorf geht es hier morgens ruhiger zu. In Pokhra ist es mittlerweile 8 Uhr. Zeit für das Karate-Training. Fast jedes Kind im Kinderdorf nimmt daran teil und erlernt neben Körperbeherrschung auch Disziplin. Nicht wenige schaffen es bis zum schwarzen Gürtel. Jeden Morgen um 9 Uhr gibt es Dahlbad. Sowohl im Kinderdorf als auch im Hostel. Das nepalesische Nationalgericht wird von allen Kindern gleichermaßen geliebt. Und das, obwohl es jeden Tag auf dem Speiseplan steht. Was für Außenstehende manchmal schwierig nachzuvollziehen ist. Dahlbad, Dahlbad und Pickle und Curry, jeden Tag, Dahlbad. Nach dem Frühstück bereiten sich die älteren Kinder im Dorf auf die Schule vor. Für ihren Schulweg in die Innenstadt von Pokhra benötigen sie 20 Minuten mit dem Kinderdorf eigenen Bus. Manchmal fahren Hausmütter mit, um in der Stadt Erledigungen zu machen. Es ist der letzte Schultag in Pokhra. Für die älteren Schüler stehen heute die Abschlussprüfungen des Jahres an. Eine Mischung von Prüfungsnervosität und Ferienvorfreude liegt bei den Kindern in der Luft. In Kathmandu stehen erst morgen die letzten Prüfungen an. Auch hier ist die Aufregung zu spüren. Gleichzeitig sind die Kinder aber auch sehr für das Privileg dankbar, in die Schule gehen zu dürfen. Was in Nepal nicht selbstverständlich ist. Die staatliche Schule ist nur einen zehnminütigen Fußmarsch vom Hostel entfernt. Kinder, die in Nepal nicht zur Schule gehen, fangen meist sehr früh an zu arbeiten, obwohl das eigentlich gesetzlich untersagt ist. Oh, Nepal ist ein sehr schönes Land. Ich bin ein Bürger hierher. Ich bin sehr froh. Und alle lieben die Nepal. Aber hier haben wir eine sehr unbezügliche politische Situation. Ja, weil das hier. Und nicht die Entwicklung hier so gut. Especially in der Bildung, und weil das die Kinder sind die größten. Strictly, I mean, the children are not allowed to work in the brick factory. Some children, they are obliged. If there is no work, they can't eat. They have no food in the house. So those children sometimes work in the brick factory and some other brick factory also. Wenn die Kinder keine Aufnahme in sozialen Projekten finden, dann werden sie oft, wenn sie Glück haben, zu Verwandten gesteckt, die sich dann noch einigermaßen um die Kinder kümmern. Aber wenn sie Pech haben, und das betrifft vorwiegend die Mädchen, die werden als billige Arbeitskräfte irgendwo hin weitergegeben. Sie verschwinden. Sie werden teilweise namenlos, sind irgendwo am Arbeiten. In Ziegeleien meinetwegen, im Steinbruch, im Hausbau, im Straßenbau. Man sieht ja oft Frauen, die dort sitzen und stupide den ganzen Tag Steine klopfen, um Schotter für den Straßenbau herzustellen. Unfassbar im 21. Jahrhundert. Aber dahin gehen diese Mädchen. Unweit des Jugendhostels steigt Rauch aus dem Schlot einer Ziegelsteinfabrik. Hier sieht die Realität ganz anders aus. Unter schwierigsten Bedingungen gehen die Menschen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang harter körperlicher Arbeit nach. Von einer Schulbildung können die Kinder in der Fabrik nur träumen. Sie wachsen hier in größter Armut auf. In der Nähe von Nepal, es gibt viele Kinder wie uns. So, I think we need, our country needs more organisations like ours to protect the children and they provide them a good education and better life. All children who live in a children's place, they feel also heaven for them. It's like a brother and sister, big family, their mother and staff, all is a neighborhood and family. Es ist Mittag und die Sonne brennt über Nepal. Das Leben in der Mittagshitze verlangsamt sich etwas. Auch das Kinderdorf wirkt wie ausgestorben. Alle sind in der Schule, die vor einigen Jahren von Spendengeldern am Ende des Dorfes errichtet wurde. Hier genießen die Kinder eine Schulausbildung, die den höchsten pädagogischen Standards entspricht. 2 2 2 2 2 3 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 2 3 4 4 5 4 5 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 speziell von der Regierung anerkannt wurde. Für die Kinder ist Bildung das wichtigste Gut und die beste Vorbereitung auf ihr späteres Leben. Auch ein Haus weiter wird unterrichtet, allerdings sind hier Erwachsene die Schüler. Dr. Fred Prünze klärt über ein in Nepal sehr heikles, aber sehr wichtiges Thema auf. Every school or every organization like we have must be a guideline about sex and relationship education strategy which is available to parents, to house mothers and teachers, caretakers. A place to talk about sexual feelings, it might be even homosexuality, it will be good for our kids to grow normal. Not by punishment we should find them out, we should find it out by their open hand. They should be ready to talk to us, to tell us what kind of problems they have. Dieses Mal habe ich mir etwas ganz besonderes vorgenommen. Früher habe ich immer mal Musikunterricht erteilt, aber dieses Mal habe ich ein ziemlich heißes Eisen angepackt, indem ich versuche Sexualkundeunterricht hier in der Schule zu etablieren, was ja auch bei uns nicht so einfach ist, aber in Nepal aufgrund des ethnologischen und religiösen Hintergrundes ganz, ganz schwer zu überbringen ist. All house mothers, eight house mothers stay here 24 hours. Some days one problem, some days more problem and difficult this time. And we ask questions, why are you difficult, you have problems, who do your problems and we are counselling and we ask questions and we listen to their talks and we solve this problem. Manchmal habe ich so den Eindruck, es bricht so ein Damm, dass endlich einer mal darüber redet und dass nicht alles bei ihnen bleibt. Weil die Hausmütter sind ja sowieso am nächsten dran und müssen da entsprechend reagieren, wenn sie gefragt werden. Nur sie brauchen dafür auch Kenntnis und ich glaube, das ist ganz gut angekommen, wobei das der erste Schritt ist. Der Fewasee liegt ruhig im Pokaratal. Noch immer scheint die Mittagssonne hell über Nepal. Nur in den Bergen verschafft der Wind eine leichte Abkühlung. Um kurz vor drei ist die Schule vorbei und das Dorf füllt sich wieder mit Leben. Selbst mit einer guten Schulausbildung ist es in Nepal schwer, einen guten Job zu bekommen. Die Situation für Arbeitssuchende ist nicht einfach und insbesondere für Frauen besonders schwer. Ja, in Nepal ist es schwierig, um Frauen zu bekommen, um die Arbeit zu bekommen. Denn die meisten Menschen haben keinen guten Sinn zwischen Frauen und Frauen. Und sie haben das Gefühl, dass Frauen Frauen können nicht machen wie Frauen. und sie können nicht so schnell die Arbeit zu bekommen. Und sie müssen mehr arbeiten und mehr versuchen, um ihre Arbeit zu erreichen. Und das ist alles. 15 Uhr. Zeit für den täglichen Mittagssnack. Bei den Vorbereitungen helfen alle mit, egal ob groß oder klein. Auch das bereitet auf das spätere Leben vor. Durch das harmonische Miteinander ist es wie in einer sehr großen Familie. Man vergisst oft, dass diese wunderbaren Kinder zum Teil mit schlimmen Geschichten im Dorf ankommen. Oft braucht es noch Jahre, bis sie ihre Vergangenheit und ihr Schicksal aufgearbeitet haben. Wichtig ist, dass man im Kinderdorf jedes Kind einzeln, individuell betrachtet. Ja, die Kinder haben ja ganz unterschiedliche Situationen, aus denen sie herauskommen. Also teilweise sehr arme Verhältnisse, teilweise auch Gewaltverhältnisse. Sodass wir einige Kinder auch in einer Traumatherapie drin haben, wo wir halt erstmal versuchen müssen, rauszufinden, was deren Problem ist. Wo sie auch erstmal lernen müssen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und dann kann man auch versuchen ihnen zu helfen und ihnen einfach eine neue Orientierung zu geben und neue Ziele. Some of the kids, you know, have trauma in their life. They experience many ups and downs in their life, so that they endete to the, you know, children's home. For the adults, you know they have the communication skills, their communication is developed. But for kids, it's difficult to communicate when they have the issues, Wenn Kinder kommen, man kann sich das vorstellen nach dem Erdbeben zum Beispiel, es sind drei Geschwister zu uns gekommen, Suboz, Suraz und Soni. Drei Kinder, deren Vater hat die Mutter ermordet. Das ist sehr, sehr schlimm für die Kinder. Meine Familie ist sehr schlecht. Meine Mutter hat sterben und mein Vater ist in der Saal. Wenn wir in der Lage sind, es gibt kein Essen, keine Kleine. Wenn wir hierher kommen, ist alles gut. Es gibt mir neue Leben, es verändert mein Leben. Wenn ich in der Lage bin, ich fühle mich nicht mehr tun. Ich habe keine Chance für mein Zukunft. Wenn sie spielen und wenn sie glücklich spielen, fühle ich mich auch glücklich. Denn ich möchte mit der Mutter arbeiten. Wenn sie glücklich sind, bin ich glücklich. Mein glücklich ist ihnen glücklich, sie sind glücklich, meine glücklich. Der Alltag im Kinderdorf ist sehr strukturiert. Diese Struktur gibt den Kindern einen zuverlässigen Halt. Eine Konstanze, die ihnen hilft. Jedes Kind wird von klein auf in die alltäglichen Abläufe eingebunden. Dadurch werden sie selbstständiger und gewinnen an Selbstbewusstsein. Für die Kinder in Kathmandu beginnt das Karatetraining erst am Nachmittag. Ich möchte Karatetraining sein. Ich bin Karatetraining. Man merkt ihnen an, dass sie schon seit Jahren trainieren und mittlerweile sehr gut geworden sind. Der eine oder andere spielt sogar schon mit dem Gedanken, diese Richtung auch beruflich weiter zu verfolgen. Für alle Kinder, die sich noch nicht, wie Mangala, für einen Beruf entscheiden konnten, gibt es ab der 9. Klasse die Möglichkeit, von der Organisation Career Disha Nepal eine Berufsberatung in Anspruch zu nehmen. Die Kosten dafür übernimmt der Freundeskreis Nepal Hilfe. Bei Career Disha Nepal werden die Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen herausgearbeitet, um ihnen damit bei der Berufsfindung mehr Möglichkeiten aufzeigen zu können. Wer sich für einen handwerklichen Beruf entscheidet, kann in den ins Hostel integrierten Werkstätten schon vorher fleißig üben. Hier haben aber generell alle Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Geschick und Können in den Bereichen Elektrik, Holz und Metall zu erweitern. Dieses Wissen ist für ihr späteres, autarkes Leben äußerst sinnvoll. Die Kinder sind sehr dankbar für diese einmalige Chance. Viele von ihnen wollen dem Projekt später einmal etwas zurückgeben. Morgen werden acht Kinder das Dorf verlassen, um nach Kathmandu zu gehen und dort ihren Schulabschluss zu machen. Die kleineren Kinder haben zum Abschied einen Tanz vorbereitet und üben noch ein letztes Mal. 100 Meter vom Dorf entfernt wird die Idylle je gebrochen. Die Kinder hier arbeiten bis spät abends im Holzbetrieb ihres Vaters. Es gibt kein Wochenende, keine Ferien und auch keinen Tanz. Der Freundeskreis Nepal-Hilfe bemüht sich seit seiner Gründung auch Zustände wie diese im Land zu verbessern. Also unser Wunsch ist natürlich, das Land insgesamt nach vorne zu bringen, weil das ist auch entsprechend in unserem Satzungszweck festgeschrieben, dass das halt ein Ziel ist, jetzt Nepal insgesamt zu helfen. Am Nachmittag braut sich ein kurzes, heftiges Gewitter zusammen. Der Himmel verzieht sich in wenigen Minuten. Aber nicht für lange. Das Unwetter ist genauso schnell wieder vorbei, wie es angefangen hat. Manchmal hagelt es auch. Die Kinder haben gelernt, einen besonderen kreativen Nutzen daraus zu ziehen. Wassereis in seiner natürlichsten Form. Auch das wird selbstverständlich geteilt. Musik Mittlerweile ist es 18 Uhr. Zeit für das Abendessen. Natürlich Talbad. Faszinierend sind die großen Portionen, die selbst von den Kleinsten verputzt werden. Es ist ein letztes Abendessen mit allen zusammen. Alle sind traurig, aber jeder weiß, dass der Abschied auch notwendig ist. Ja, ich glaube, was unser Projekt auszeichnet ist, dass wir einfach schon sehr lange hier im Land sind. Also diese 25 Jahre Zeit, die haben natürlich auch viel an Erfahrung mitgebracht. Also früher gab es zum Beispiel das Jugendhostel hier in Kathmandu nicht. Es gab das Kinderdorf und irgendwann sind die Kinder dann ins harte Leben entlassen worden, sag ich jetzt mal so. Und das Kinderdorf ist schon so ein Stück weit auch eine Oase. Und man hat dann im Laufe der Zeit halt einfach gesagt, okay, es muss einen Zwischenschritt geben. Sie müssen so schrittweise auf das wahre und echte harte Leben vorbereitet werden. Mir war schon immer klar, dass es Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte. Also erstmal Kinderdorf, volle Behütung. Es ist ein klein wenig, vielleicht auch ein kleines Paradies, würde ich sagen. Und dann kommen sie aus diesem Paradies heraus, neunte, zehnte Klasse hier in unserer Jugendhostel. Eine andere Stadt, andere Umgebung, andere Verhältnisse hier ist die Betreuung nicht so intensiv wie im Kinderdorf. Das ist wie ein Transitpunkt für unsere Kinder. Dann nach zwei Jahren, wenn die sind etwa 16, 17, dann müssen wir unser Kinderdorf oder unser Hostel verlassen, selbstständig zu werden. Und seitdem wir das machen, funktioniert es wunderbar. Also die Kinder bereiten sich nicht nur körperlich, auch gedanklich darauf vor, dass sie unser Projekt wieder verlassen müssen. Es ist Zeit für die Abschiedsfeier. Es ist ein sehr emotionaler Abschied. Ein Abschied mit viel Herzlichkeit und, wie in Nepal üblich, viel Tanz. Die Kinder, die gehen, haben hier viele Jahre verbracht. Jahre, die sie geprägt haben. Sie gehen ihren Weg nun weiter. In Kathmandu freut sich Didi Ganesh schon auf die Neuankömmlinge. Als einzige Hausmutter im Jugendhostel hat sie viel um die Ohren, freut sich aber sehr, sie beim Heranwachsen begleiten zu können. Wir haben viele Menschen, die ihre Familie besuchen. Eine große Scheine erwischen Arbeit. Da haben sie einige Hüfte, die die Leute, im Jugendlichen, die Menschen mit ihnen über Blüten, und in der Zeit, Die erste Mal war sehr schwierig. Einige Kinder sind schreit. Ich kann nicht hier bleiben. Es ist sehr schwierig. Dann haben wir eine Freundschaft. Dann haben wir eine Freundschaft. Dann haben wir eine Party, und dann haben wir etwas willkommen. Dann sind die Kinder sehr glücklich. Slowly, slowly, they are happy. They don't want to go back. I live here in eight years. And now I was going to Kathmandu tomorrow. Stay for a long time. It is hard. Very sad, because they stay here. Small things here. And many times stay here and love and learn about. And then very difficult. All mothers, all staff and children also very difficult. So we can get up with them. So we can get back to our English website. So we can get back and get back. um sich an die schöne Zeit zurückerinnern zu können. Der nächste Morgen. Der Bus fährt früh nach Kathmandu. Für die Kinder ist es der nächste Schritt zum Erwachsenwerden. Es ist der Schritt in eine Zukunft, die ohne die Spender der letzten 25 Jahre nicht möglich gewesen wäre. Es wurde viel erreicht in diesen 25 Jahren, auch wenn es sicher nicht immer einfach war. Aber wie sagt schon ein altes nepalesisches Sprichwort, die Füße werden leicht, wenn man das Ziel vor Augen hat. Es ist ein Stück weit wie eine Lebensaufgabe geworden. Aber es kommt von Herzen und es macht seit 25 Jahren Freude. Und das ist, manchmal gab es zwischendrin auch mal Zeiten, wo ich gedacht habe, nee, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Und dann schaut man in die Augen der Kinder, sieht, wie glücklich sie sind, was sie für eine Zukunft haben. Und schon ist wieder die ganze Freude da. Die Batterie ist sofort wieder aufgeladen. Die Batterie ist sofort wieder aufgeladen. Untertitelung des ZDF, 2020